Auf Nudeln kommen Schmelzl. Hi Leute! Willst du Schmelzl? Ich sag mal so, willkommen in der HUT Cuisine. Heute zu Gast kommt der Wirbel. Willi Neste! Hi Leute! Willst du Schmelzl? Gulasch! Hammer! Ich bin gespannt. Dann legen wir los Dirky. Zwiebeln, Tomatenmark haben wir. Majoran, da habe ich extra frisch gekauft. Und es riecht alles gleich. Es riecht alles nach Erkältungsbad. Paprikapulver, Edelsüß haben wir auch. Das ist krass, jetzt vor 2-3 Monaten stand hier noch nichts. Wir kochen Rindergulasch mit Bankenmoodeln. Das habe ich mir gewünscht. Sag mal was wir eigentlich machen wollten. Eigentlich wollte er Dampfmoodeln machen. Aber das ist anscheinend ein bisschen schwierig auch. Also wisst ihr, wenn man einen Löffel in den Mund nimmt, während man Zwiebel schneidet, muss man nicht weinen. Wir kennen uns schon sehr sehr lange. Aber dann ist die gute Milena weggezogen. Nach... London Town. Was hatte ich in London verschlagen? Das Musikstudium. Ich habe Musik studiert. Was? Echt jetzt eigentlich? Ey ganz ehrlich. Das mit dem Löffel bringt überhaupt nichts. Du redest auch die ganze Zeit. Du musst denn in der Mitte. Ach ok, man muss denn so weit den Anschlag drücken, dass man... Auf die Zunge, du hast den auf der Seite. Und jetzt kommt jetzt alle Rezepte. Und jetzt kommt jetzt alle Rezepte. Du hast gestoppt gestern. Hast du gestoppt? Bist du heimgelaufen? Hast du dich verfahren? Bist du heimgelaufen? Oh, du hast ja gar keinen Dialekt, oder? Nein. Falls jemand aus der Region zuguckt, die Milena muss wieder ein bisschen schwätzen lernen, gell? Die ist aus der Region und kann dann richtig schwätzen. Möne, was denkst du dazu? Ablöschen. Und wie gesagt, wir machen Nudeln dazu. Ah, da ist der Topf. Super. Und Bandnudeln. Und dazu hier noch nachher Schmelzen, glaub mir. Ganz ehrlich, schmeckt massiv nach Gulasch. Wenn du hier die Stellung hältst, holst du schon ein paar Bierchen. Radler, geil. Ja, ich will dir besser. Gerne. Das geilste Radler. Chips. Was für Chips? Paprika? Ja. Ok. Geil, was ein Service. Was vermisst du aus London? Ähm, meine Freunde. Also London an sich ist eine super Stadt und ich liebe den Sommer dort. Also ich liebe es einfach zu den ganzen Sehenswürdigkeiten zu fahren. An der Thämsin lang zu laufen. Da zu essen. Ähm, aber so das Leben an sich halt vermisse ich absolut gar nicht. Mein erster Celebrity Crush. Oh Gott, ihr werdet mich hassen. Bitte bleibt im Chat. Also es gab eigentlich zwei. Ich weiß nicht, wer der erste war. Also einmal Aaron Carter. Und dann auch von Kelly Family. Der Angelo. Wer ist, wer dein Idol? Aaron Carter. Oh, so viele. Ganz früher. Christina Aguilera. Meine Schwester ist mein Idol. Schon immer. Deine Schwester? Ja. Was ist wenn man zwei, den ihr Schwester hat? Die mittlere. nosotros? Und jetzt, ihr habt eine andere 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 andere. Alles in den letzten Jahren. Und dann? Und dann? Ich habe ja immer noch von... Ja. Wenn wir... Das ist ja immer noch À. view! Wie sehr? Häh? Du hast ja nicht mehr gewonnen. So jetzt mal ne Schmelzen. Ey, alles einwirken lassen. Semmelbrösel hier muss man auch einfach einwirken lassen. Ihr müsst alles im Leben Leute einwirken lassen, glaubt mir. Auf Nudeln kommen Schmelzel. Auf jeden Fall Butter und Semmelbrösel. Mein allererstes Goudasch. Das ist Milenas Teller, aber ich zeig euch gleich noch mal einen Schäffik auf dem Teller. Leute, Schmelzel drauf. Einfach so ein bisschen Crunch. Leute, was kommt jetzt drauf? Was sagt ihr? Schön, dass du da warst. Vielen Dank. Ja, danke für die Einladung. Es war schön mit euch. Vielen Dank.